Herzlich Willkommen, heute beim Chaoskochen auf KryptoTV. Ich bin Kryptomüst. Heute kochen wir veganen Badatschinken mit Heimbeereisfüllung für zwei bis drei Personen. Ah, das ist so lecker! Und deshalb werde ich heute nicht lang drum rum reden und euch gleich in die Küche führen. Folgt mir! Ich bin Krypto! Ich bin Krypto! Ich bin Krypto! Ich bin Krypto! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018